Es ist soweit, das Geburtstagsevent in FC24 ist auch jetzt am Start. Wir haben heute die Promo bekommen mit Team Nummer 1, wo wir unter dem anderen Messi, De Bruyne und Co. vertreten sind. Es gibt auch wieder Promo-Icons und wir gehen mal direkt rein. Diese Nachricht bekommen wir alle, haben wir nochmal das Ganze zusammengefasst, feiern den Ultimate Geburtstag, jede Menge Spielspaß und Profi-Items mit 5 Sterne-Upgrades für schwachen Fuß und für die Spezialbewegung, also Weakfoot und Skill eben. Folgende Inhalte, Ultimate Geburtstag Profi-SPC, Profi-Aufgaben, Items und Ultimate Icon-Items in den Packs, Evolutions, normale Packs im Shop und 5 Sterne Best-of-Items, also ganz schön viel. Und wir bekommen, das bekommt jeder, im Shop ein 30 oder 15 Coins-Pack oder ein 20 Coins-Pack, also auf jeden Fall so ein Pack, was sehr, sehr günstig ist, wo wir nur ein paar Coins ausgeben müssen. Genau, ein 15 Coins-Pack, 16 Items, haben wir einer mit 85 oder höher. Und wir haben eine Ultimate Geburtstagskarte als Laie, aber die ist nicht so interessant, finde ich. 85 plus höher, vielleicht ist hier auch eine richtige Geburtstagskarte dabei, vielleicht ist hier sogar eine Icon, ist unwahrscheinlich, aber vielleicht... Das ist aber eine Promokarte, Schweiz-Torhüter, das ist Kobel, ist das die Inform? Nee, aber... Oh, Doppel-Walkout? Da ist doch noch was dahinter, oder? Ja, Kobel und... Renat, 87er und 88er. Okay, das finde ich strong, das finde ich komplett strong für so ein Free-Pack. Okay. Und 84er, das geht ja wirklich voll fit eigentlich, noch ein Duplikat. Okay, das ist Olmo und wir haben einen Geburtstags-Leihspieler und wir haben... Oh, Benzema, okay. Kann man auf jeden Fall mal testen, 15 Spiele. Das ist ja hier fast die ganze Weekend League, die man den auch spielen kann. Okay, das ist echt... Okay, das war nice. Jede Menge Packs können wir uns auch gerade erspielen. Wir haben einmal Ultimate Geburtstagstagesmeldung Upgrade. Das kennen wir ja, wir müssen jeden Tag so eine SPC machen. Für 1 bekommen wir 2x80+, für 2, 2x81+, dann 2x300 und das für jeden Tag bekommen wir immer wieder ein Pack. Im Endeffekt müssen wir das 15 Mal, also 15 Tage, jetzt 2 Wochen in Folge jeden Tag abschließen, bekommen die Packs, wenn wir es am Ende gemacht haben, ein 20x83 Plus Pack. Mega nice. Die SPC schauen wir uns auch gleich an, das ist eine extrem leichte SPC. Dann nochmal Ultimate Geburtstags Champions Upgrade. Das ist jetzt für die Weekend League, ähm, ja, 10 Partien, 25, 50, 75 bis 100 und dann 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 Wins, die wir hier holen müssen. Aber auch hier haben wir jetzt 38 Tage Zeit, also jetzt nicht nur sagt, oh ja, man muss ein Pro Gamer sein. Man hat genug Zeit, man hat ja wirklich definitiv über einen Monat Zeit. Es geht noch weiter. Wir haben auch eine Karte zum Erspielen bekommen und was für eine ist, ähm, Falcao. Also eine coole LaLiga-Karte, 4 Sterne, 5 Sterne. Das war meine GoPro. Oh Mann, die piept da einfach. Der hat 90 Pace, 87 Schuss, 83 Pass, 89 Dribbling, 55 Def, 84 Physis, ist nur 1,77 groß, aber das ist halt eine Karte zum For Free. Die ist For Free, hat geilen Antritt, geile Sprint und geile Schuss, wie auch geile Dribbling-Stats. Er hat, ähm, Tore als Playstyle-Plus und, ähm, Tore, hab ich gerade gesagt Tore, angeschönter Schuss bei den Toren und auch den Power-Kopfball. Also wirklich eine coole Karte, vor allem weil sie For Free ist, die Aufgaben sind easy. Ähm, ein Squad-Battle-Rivals-Champions, je nachdem, sieben Tore mit Kolumbianern erzielen. Ja, okay, es gibt nicht so viele Kolumbianer, aber man hat halt einen Muriel, der ganz gut ist, den man noch spielen kann. Das ist eine Aufgabe. Zwölf Partien müssen wir einfach nur spielen, easy. Easy, dann müssen wir Tore vorbereiten, 6 Tore mit Profis, mit mindestens 85 Pace, easy. Und am Ende müssen wir 8 Partien gewinnen und dabei 3 La Liga-Spieler in der Startelf haben. Es gibt die ganzen Packs, gesamt 2k XP, plus nochmal am Endeffekt den Falcao. Sollte man mitnehmen, dass ihr nicht spielen wollt, ist eine 88er-Karte, die man im Schlussfall in der SPC abgeben kann. Und schauen wir uns nochmal diese Tagesmeldung SPC an, also die ist ja wirklich, ja, ein Bronzespieler. Bronzespieler. Einfach irgendeinen Bronzespieler müssen wir mit reinpacken. Das heißt, ihr geht einfach rein, Bronze, schaut, was haben wir, zack, hier, das war's. Das müsst jetzt einfach, das Schwierige daran ist, das nicht zu vergessen, das war's. Also ihr müsst jetzt einfach 15 Bronzespieler investieren und das war's, wie gesagt. Also noch einfacher geht's ja gar nicht. Zwei Spieler SPCs haben wir bekommen, das ist einmal Kingslay Coman, sehr, sehr, sehr interessant. Also im Bundesliga-Team ist das auf jeden Fall ein Muss. Und wir haben auch noch Sokrates bekommen, der verlorene Sohn. Also das ist so eine Icon, die hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber mit diesen Stats, verdammt, verdammt wild. Bayern hat da ja 5 Sterne, 5 Sterne, ist geistig krank in den Stats, 90 Pace, 91 Schuss, 92 Pass, 93 Dribbling, 46 Stelf und 85 Physis. Über die Stats brauchen wir nicht reden. Er hat entscheidender Pass als Playstyle Plus und er hat die Ballkontrolle mal als Playstyle Plus. Unheimlich stark. Und auch Kingslay Coman hat 5 Sterne, 5 Sterne und hat einfach, ähm, ja, Schnittstellen Pass und noch Raserei als Playstyle Plus hier. Also verdammt geile Karten. Wir schauen uns mal die Teams für Coman an und dann nochmal für Sokrates, weil die kosten natürlich auch ein bisschen was. Sechs Teams bei Coman, die wir abgeben müssen. Es geht direkt los, ein 84er Team mit einem Bundesliga-Spieler. Dann noch ein 86er Team mit einem Franzosen. Dann folgt ein 87er Team schon mit einer Inform. Es wird schon schnell teurer. Dann ein 88er Team. Noch ein 88er Team als vorletztes mit einer Inform. Und zum Schluss ein 89er Team. Ist ziemlich teuer und ich werde heute nochmal ein Video droppen, wo ich genau auf diese Teams eingehe und euch die günstigsten Lösungen zeigen werde. Weil die kann man durchaus mitnehmen, wenn man die günstig macht. Bei Sokrates sieht es ein bisschen anders aus. Hier sind nämlich gleich 14 Teams. Es geht, wie war fast jeder Icon-SPC, los mit einem Bronze- und einem Silber-Team. Dann für die Laie, die ich euch empfehlen würde, erstmal mitzunehmen, um ihn überhaupt zu testen. Ein 83er Team. Dann als vierte SPC ein 85er Team mit einer Inform. Als nächstes ein 86er Team mit einem Brasilianer drin. Dann noch ein 86er Team mit einer Inform drin. Darauf folgt ein 87er und noch ein 87er Team. Darauf ein 87er Team mit Info. Darauf ein 88er. Noch ein 88er. Noch ein 88er. Und ein 89er Team. Und das letzte ein 90er Team. Und auch da werde ich nochmal ein Video droppen zur Abschließung. Und dass ihr auf jeden Fall wisst, wie ihr die günstig und, ja, wirklich preiswert mitnehmen könnt. Weil das ist ein cooler SPC. Aber die ist ziemlich, ziemlich teuer. Und weil ich gerade nochmal Bock drauf hatte. Thema 83 Plus Pack. Machen wir natürlich auf. Wir brauchen hier ein 83er Team und eine Inform. Ich hatte einige 83er Informs. Und Gold 83er sowieso. Deswegen lasst das mal aufmachen. Und einfach belieben, dass EA hier könnt. Vielleicht eine Footbourse Day? Bitte? Irgendwas Gutes? Brasilien? ZDM? Oh, ein Casimiro? Fabinho müsste das ja sein, oder? Mir fällt gerade kein anderer ein. Aber der hat kein High Rating eigentlich, ne? Oh, nee. Und ein 84er. EA wirklich. Und die Hälfte ist auch noch doppelt. Oh, okay. Das... Aber ich habe noch dieses Daily Pack, was er gemacht hat. Da haben zwei 81er Plus Profis zum Ende des Videos. Freunde, lasst doch mal ihr Like, dafür, dass ihr es nicht getan habt. England. Linker Flügel. Komm, recht vor du sowas. Irgendwie High Rated. Das ist ein Sterling. Okay, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind uns selber zurück. Hier auf den Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bis dann rein. Und ich bin sicher, das tut weh. Bis dann.